Vorher werde ich die ganze Menschheit in einem Blutrausch auslöschen. Ja, ha, 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 ha. Also, ich brauche jetzt dringend eine Facecam. Ihr würdet mich jetzt sehen, wie ich meinen Mund nicht mehr zukriege. Vor lauter Entsetzen und Staunen. Ja, liebe Zockerlounger, herzlich willkommen zu einem neuen, äh, Die Siedler auf der Zockerlounge. Und ich glaube auch zum letzten neuen, äh, Die Siedler. Denn, ähm, mal abgesehen von Siedler 5 ist, glaube ich, das der einzige Teil, der uns noch hier fehlt. Und dann haben wir alle Siedlerspiele auf einem YouTube, YouTube, wow, auf einem YouTube-Kanal vereint. Ist das nicht eine coole Sache? Ich finde schon. So, wir schauen erst mal in den Chat. Hi, äh, Sonnenscheins, hi, was ist das für Musik? Was ist das für Musik? Okay, hi, Sonnenscheins, hi, Husthust, hi, Thomas, hi, Lekomio, hi, ähm, Rest. So, wow, das ist ein bisschen laut. Ich muss, ich muss, ich bin wieder nicht vorbereitet. Und, ähm, Lautstärke, Musik, klack, klack, klack. Ja, doch, 11 Prozent, reicht vollkommen. Okay, gut. Äh, wie gesagt, ich spiele blind. Ich habe Aufbruch der Kulturen noch nie vorher gespielt. Ähm, ich wusste auch lange Zeit gar nicht, dass dieses Spiel existiert. Ich dachte immer, das wäre ein Add-on für das ursprüngliche Remake für Siedler 2. So, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal rein. Und ich habe gesehen, man kann mit Bayou Waren spielen. Ja, wie geil ist das denn? Okay, Kampagne. Ähm, Schwierigkeitsschwer natürlich. Mission 1. Moin, cool. Hau rein. Und heil Richard. Werte Göttinnen, werte Götter, liebe Engel. Oh je, so fängt Olympus nur an, wenn es Ärger gibt. Ganz genau, meine Engel. Denn habt ihr euch mal die Vorbereitungen für die letzten Olympischen Spiele angeschaut? Sport, Sportgeist und Völkerfreundschaft, Fehlanzeige. Stattdessen überall nur Doping, Kommerz und militärische Auseinandersetzungen. Dafür werde ich meinen Namen nicht länger zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird keine Olympischen Spiele mehr geben? Richtig. Ich werde den Menschen sämtliche Rechte, die mit meinem Namen Olympus zusammenhängen, wegnehmen. Und danach wird die Menschheit für ihre Freveltaten bestraft. Oh, fein. Dann darf ich wieder auf die Erde. So wie damals, als ich für den ägyptischen Sonnengott Ray alle Ungläubigen von der Erde gefickt habe. Und die Hälfte aller Unschuldigen noch dazu. Olympus, das kannst du nicht machen. Warum müsst ihr Engel mir immer ein schlechtes Gewissen einreden? Weil wir uns mit gottesfürchtigen, gesetzestreuen Menschen furchtbar langweilen würden. Ähm, wir meinen natürlich, weil jeder Angeklagte eine Verteidigung verdient. Hm. Also gut. Dann wählt von mir aus eine Nation aus und überbringt dem Herrscher die Botschaft, dass sein Volk, stellvertretend für alle, beweisen muss, dass die Menschheit der Göttergnade noch würdig ist. Wir? Wieso denn ausgerechnet wir? Weil ihr auch mal etwas Sinnvolles tun sollt. Statt den ganzen Tag am Himmelsrand zu hocken und durch die Kontinente zu zappen. Wow. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Wir sind Kostas und Theophanos. Hi, Kostas. Hi, Theophanos. Ja, genau. Moment mal. Wir sind Engel. Hüterich, ihr seid ein besserer Stratege, aber leider auch ein unverbesserlicher Streithamme. Alter. Entschuldigt, werte Engel. Wie können wir euch behilflich sein? Und? Eher euch selbst. Denn die Götter sind davon überzeugt, dass die Menschen ihrer Gnade nicht mehr würdig sind. Ihr seid das auserwählte Volk und sollt das Gegenteil beweisen. Haltet am Olympus-Tempel eine exorbitante Opferung ab. Gelingt euch das nicht, wird die Rachegöttin Sachmed auf die Erde gesandt, um alles in Schutt und Asche zu legen. Bei meinem Bierkrug und der Bayovarischen Ehre. Wir werden die Menschheit retten. Aber zunächst einmal müssen wir aus diesem Schnee heraus. Oh mein Gott. Bei der Bayovarischen Ehre. Alter, was spiele ich hier? Okay, gefällt mir jetzt schon. Ich wollte eigentlich noch kurz sagen, aber die Herrschaften haben ja... Oh was? Lagerhaus will ich aber nicht bauen. Dazwischen geredet. Das hat mich jetzt irgendwie sehr an Black and White erinnert. Es hat nur irgendwie das Teufelchen gefehlt, aber sei es drum. Würde mich nicht wundern, wenn die da irgendwie kopiert hätten. Okay, dann... Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, aber wir spielen einfach mal Siedler. Von daher bauen wir Sägewerk, Holzfäller. Das Übrilige, das kennt man ja. Gibt es auch... Gibt es bestimmt, ne? Gibt es auch einen... Hier, Förster. Natürlich. Und dann vielleicht... Ne, das machen wir anders. Komm, wir machen den hier oben hin. Ganz gediegen. Dann so einen Weg, genau. Und dann kriegen wir doch bestimmt hier noch einen Holzfäller rein. So. Und verbinden mit dem Sägewerk. Cool. Wie funktioniert denn die Steuerung? Aha. Aha, aha. Was auch ganz cool ist, ich habe mir vorhin die Credits angeschaut, weil ich wollte mal wissen, wer da alles dabei war bei diesem Projekt. Und ganz am Ende bei den Credits steht, vielen Dank, dass du die Credits bis zum Ende gelesen hast. Und hier hast du zwei Cheats. Der eine Cheat war, die Spielgeschwindigkeit auf 400% zu erhöhen und das andere konnte ich nicht mehr lesen, das war zu schnell weg. Aber nett. Einfach nur nett. Gefällt mir. Und vor allem mit Bayou-Waren zu spielen. Ich hoffe, ich kann nachher auch noch irgendwie ein Hofbräuhaus bauen oder sowas. Sonst wäre es ja uncool. Kann ich? Wie schicke ich denn? Wie schicke ich denn einen Geologen? Ähm. Hallo? Was ist jetzt los? Gib acht! Bretter gehen bei großen Bauvorhaben schnell zur Neige. Ach nee. Da empfiehlt es sich, mehrere Holzfäller, Sägewerke und Förster zu errichten. Behalte auch die Ressourcenanzeige am rechten oberen Bildschirmrand im Auge. Ich habe keine Ressourcenanzeige. Ah, doch, da oben. 13 minus 5, 14, 0, 12, was? Okay. Wie kann ich? Geht das nicht? Muss das vielleicht hier sein? Ähm. Geologen? Hallo? Toll. Ja gut, ich, ähm, sag mal, wir finden das vielleicht noch raus. So. Kann ich? Was ist das? Alter, ich bin sowas von in Lederhosen. Du auch? Cool. Bald ist Volksfest, Leute. Es ist, glaube ich, das erste Mal seit, 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 seit eh und je, dass ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich werde einfach zu alt für den Scheiß. Ähm, sind das hier Steine? Stein, 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 Steinbruch. Steinmetz. Wird schon schlimm. Okay. Sonst könnten wir mal vielleicht mal unsere Landesgrenzen erweitern. Ich glaube, ich muss aber hier rüber, ne? Gehen wir mal davon aus. So. Wo gibt's denn Geologe? Ich muss einen Geologen bauen? Was? Okay. Das ist irgendwie komisch. Hm. Und was heißt hier? Ich bin schon wieder völlig überfordert. Jetzt halt auch nicht so. Ich geb doch, ich geb doch alles. Kann ich... Kann ich hier eigentlich Getreide anbauen? Oh, was ist jetzt schon wieder los? Meine Späher haben einen ägyptischen Tross unter Führung der Pharaonen Hatschipsut gesichtet. Ich habe vorsichtshalber schon mal unsere komplette Armee aufmarschieren lassen. Oberst Wüterich. Hoffentlich sieht Hatschipsut darin keine Provokation. Ich bin Hatschipsut, die mächtige Königin vom Nil. Ihr droht mir mit eurer Armee? Streit macht der Bogenschützen. Macht euch bereit. Alter, du hast gerade mal vier Gebäude gebaut. Das ist dramatisches Geschick gefragt. Werte Hatschipsut, wir wollen euch nichts Böses. Wir sind auf dem Weg zum Tempel, um mit einer Opferung die Menschen vor dem Zorn der Götter zu retten. Dann werden wir unsere Kräfte nicht auf dem Schlachtfeld messen, sondern bei einem Wettrennen. Wir Ägypter werden vor euch am Tempel sein. Und an eurer Stelle die Menschheit retten. Na, wenn das mal nicht im Streit endet. Die Menschen können nie ihre Kräfte messen, ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Ganz deiner Meinung. Und wenn Olympus davon erfährt, wird er mächtig, mächtig, gewaltig sauer sein. Im Chat steht gerade, na wer kennt es nicht, Bayern treffen auf Ägypter. Ich kann nicht mehr. Wieso habe ich jetzt hier Geologe gebaut? Toll. Fahne entfernen. Das wollte ich nicht bauen. Und jetzt hier, wie... Ah, läufst du jetzt los? Bist du der Geologe? Hallo? Bam, bam, bam. Na? Und? Äh, äh. Toll. So, noch ein Versuch. Ich wollte eigentlich eine Wachhütte bauen. Und wo, Guru, Guru, wo sind die Meldungen hier oben? Gebäude fertiggestellt? Salz? Wie, Salz? Was zur Hölle? Ähm. Salz? Yippie! Er sagt Yippie. Okay. Spiel, du hast mich. Was hast du jetzt gefunden? Eisen. Okay, Eisen kennen wir wenigstens. Yippie! Und, äh, ist dieser Förster überfordert mit zwei Holzfällern? Sieht fast so aus, ne? 95 Prozent. Man weiß es nicht. Und eigentlich sollten wir hier auch noch zu den Steinen irgendwie expandieren. Also... Ah! Uh! Okay. Ich wollte... Hm. Wieso ist das jetzt ein anderes Gebäude? Halt. Ach so, klein. Was haben wir denn da eigentlich noch? Brunnen? Okay. Jagdhütte? Von mir aus Fischerhütte? Okay. Yippie! Yippie! Ah, Mastercar. Ja, das... Was ist das für ein Siedler? Das ist eine gute Frage. Es wird so auch so ein bisschen totgeschwiegen von Ubisoft. Ich glaube, die schämen sich so ein bisschen dafür. Und ich kannte es ja auch nicht. Also, es ist ja auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Aber... Ich verstehe auch irgendwie gerade warum. Okay. Wir brauchen... Was gibt es denn da für Minen? Eisenbergwerk, Goldbergwerk, Kohle, Granit, Edelsteine, Salz. Alter, was ist jetzt schon wieder? Herrschaftszeiten! Muss sie dieses Eis denn ausgerechnet hier ausbreiten und uns den Weg versprennen? Ja, Herrschaftszeiten! Ich lasse die Kanonen auffahren. Ihre Geschosse können den Weg freisprengen. Waffengewalt ist selten angebracht, Wüterich. Auch diesmal werden wir lieber auf eine effektvolle Opferung zurückgreifen. Jo, moi! Was? Was für eine Opferung? Falls du noch keine Opferstätte gebaut hast, solltest du dies nun tun und sehen, welche der Opferungen für die Überquerung der Eisfläche brauchbar ist. Was zur Hölle? Egal, was ich tue, ich bekomme keinen Krieg! Ihr Götter des Krieges, der Zerstörung, des Untergangs! Hilft mir in dieser schweren Stunde! Ich bin Sachmet. Man nennt mich die Herren des Zitterns. Was ist das? Das ist keine Wettkämpfe und währenddessen keine Friedenszeiten mehr gibt. So ist es. Am besten wiegest du jemanden gegen Garibald auf. Die Schotten sind kriegerisch und ungestüm. Wenn man sie ein wenig reizt, lassen sie sich gerne auf einen Kampf ein. Ich lasse ihrem Anführer MacDowell sogleich eine gezinkte Geheimbotschaft zukommen. Wie einfach sich einfältige Menschen doch immer wieder für meine Zwecke gebrauchen lassen. Und dieser Wüte, ich glaubte, er bekommt eine Ära des Krieges? Dazu wird es nicht kommen. Vorher werde ich die ganze Menschheit in einem Blutrausch auslöschen. Ja! Oh je... Also, ich brauche jetzt dringend eine Facecam. Ihr würdet mich jetzt sehen, wie ich meinen Mund nicht mehr zukriege. Vor lauter Entsetzen und Staunen. Was zur Hölle? Aber hey, Super Rising Storm. Hallo, willkommen. Er ist der gute Mann, der mir dieses Spiel auf der Gamescom geschenkt hat. Nochmal vielen Dank dafür. Auch wenn ich ein bisschen perplex bin hier. Aber hey, wird schon. So. Ähm, wir können ja... Was für eine Opferstätte eigentlich. Wir können aber nochmal ein bisschen Steine abbauen. Kann sicher nicht schaden. Und wir sollten nochmal irgendwo vielleicht eine kleine Holzproduktion hinzimmern. Kann bestimmt auch nicht schaden. Machen wir mal. Hier Holzfäller. Hier... Äh... Forsthaus. So. Und vielleicht hier Sägewerk. Weiß zufällig jemand auswendig, ob ich, ähm, für ein Forsthaus 2, ähm, Holzfäller bauen kann oder ob das wie im Remake, ähm, ein Holzfäller auf einen Förster ist? Dann schreibt es mir doch bitte in den Chat. So. Ihr zieht los. Meine bayerischen Lederhosenträger. Aha. Sag mal, sind die, sind die oben ohne? Die Arbeiter? Und die laufen. Tatsächlich. Was zur Hölle? Kann man die Eisbären eigentlich auch jagen mit dem Jäger? Komm, das probieren wir auch gerade mal noch aus. Klein Jagdhütte. Eins zu eins. Glaubt ihr? Schön. Okay, ähm, dann, ähm, dann, ähm, brauchen wir anscheinend irgend so'n Opfergedöns. Äh, was haben wir hier? Bauernhof. Ähm, Schweine... Schweineray? Schweineray? Okay. Ochsenzucht. Ist das falsch übersetzt, oder? Opferungsstätte. Hier. Bumm. Okay. Da oben kommen wir auch nicht weiter, da könnten wir aber eine, vielleicht, eine Fischerhütte setzen, falls wir den Weg nicht. Okay. Wahnsinn. Ich wollte schon immer mal mit Bayou-Waren spielen. Wer denkt sich sowas aus? Oh mein Gott. Wie viel Alkohol musst du trinken? Egal. Okay, wir könnten hier Salz abbauen. Wir könnten hier ein bisschen Kölern. Kölern. So vielleicht. Und wir könnten hier so einen schnicken Weg rüber bauen. Okay. Opfer die Taube? Garibald, weshalb hintergeht ihr mich? Alter, was ist mit dem Links los? Der ist rauftrogen. Zappalot nie im Leben... Zappalot! ...schwischen den Bayou-Waren und den Schottengefährden. Und was sagt ihr zu dieser Depesche? Mac Doyle, seid davon unterrichtet, dass Garibald und Hachipsut sich am Olympus-Tempel treffen werden, um gegen euch ein Bündnis zu schließen, um euch zu unterwerfen. Äh, hä? Herrschafts-Seiten, welcher Hienakel denkt sich sowas aus? Einen Absender hat die Depesche nicht. Sie ist nur mit S-Punkt unterschrieben. Oh mein Gott! Ja, das hat sich der Wüterich bestimmt anders vorgestellt. Wie amüsant, dass das Ergebnis für mich dasselbe ist. Sobald Garibald an einem seiner Gegner scheitert, werde ich mit Olympus-Segen die Menschheit vernichten. Was ist das? Das ist für ein Blödsinn. Okay. Das fängt ja gut an. Fünf Minuten gespielt. Beste Stories seit... Ähm, seit... Ja. Seit Siedler. Wow. Geil. Oh. Oh, die waren doch echt alle bekifft, oder? Cool. Ähm, was ich eigentlich gerade sagen wollte, aber da redet ja hier immer einer dazwischen. Die machen ja nicht mal ihren Mund auf. Okay. Äh, wir brauchen hier noch einen Förster. Nicht. Dann hier. So. Ähm, was können wir denn eigentlich vielleicht sonst noch so bauen? Was gibt's denn da so noch so? Eine Mühle. Okay. Eisenschmelze. Hört sich gut an. Und was bauen wir noch dazu? Vielleicht eine Werkzeugschmiede. Schlosserei. Hört sich auch gut an. Und die? Hier kriegen wir doch noch mehr hin. Für was brauchen wir Salz? Äh. Was haben wir denn hier? Ja, Brezeln. Gut. Und hier, hier. Schaut mal. Bier. Schön. Schlosserei haben wir schon. Eisenschmelze. Dann brauchen wir noch eine Armbrust. Armbruster? Benötigt Holz und Fell? Find mal raus. Und dann bauen wir hier noch. Ey, komm. Ich hab zwar noch kein Getreide und kein Wasser, aber eine Brauerei muss einfach sein, wenn man Bayouaren spielt. Und dann können wir ja mit... Für Wasser können wir ja schon mal was tun. Geht hier auch noch einen Weg durch? Ja, prima. Okay. Wow. Äh. Im Chat stand irgendwo die Frage, wo das Spiel herkommt. Also wenn er es nicht zufällig, so wie ich, auf der Gamescom geschenkt bekommt, dann guckt doch mal auf Amazon. ähm, es gibt's für 10 Euro oder so. Ihr müsst aber allerdings, falls ihr Windows 10 habt, ähm, das Spiel cracken, wegen dem Kopierschutz. Denn der funktioniert so nicht mehr. Also, installieren und spielen ist da nix. Aber, ja. Das ist aber auch das Einzige, was ihr machen müsst. Okay, was machen wir? Ist nicht hier los. Und wo sind eigentlich die Ägypter? Oh, die tun ja schon was hier, um voranzukommen. Okay, äh, was kann ich jetzt hier tun? Opfern. Gebäude abreißen. Keine Opferung. Ausgewählt. Hier unten. Kult der Flotten. Fertigstellung. Beschwörung von Baumstämmen. Beschwörung von... Frischer Fisch. Lassen sich Fische erzeugen. Dies ist ratsam, wenn du einen Fischengpass oder ein Gewässer oder kein Gewässer zur Verfügung hast. Okay, was haben wir hier? Mit der Opferung lassen sich Hellebaden erzeugen. Dies ist ratsam. Bla, bla, bla. Was haben wir hier? Durch diese Opferung wird dein Territorium temporär um fünf Felder vergrößert und du kannst Hindernisse wie Seen und Wüsten überqueren. Aha! Mit dieser Opferung lässt sich Bier erzeugen. Boah. Ey, können wir... Nee, komm, wir müssen ja mehr ein Wettrennen. Wir müssen das hier machen. Kostet. Brezeln. Und... Haben wir zufällig ein paar Brezeln auf Lager. Zwei. Und... Was war das andere? Werkzeug. Naja. Apropos Fisch. Wir könnten doch vielleicht... eine Fischerhütte dazu tun. Und hi, Horschinken. Und hi, Alexander Heuer. Und hi, ähm... das Falken Gaming. Wow. Was, Nick. Hab ich irgendwie... Hm. Ich... Gibt's hier sowas wie eine Prioritätsfunktion? Ich be... Was ist das? Ich befürchte nicht, ne? Aber dass die Geologen einge... Okay. Hier steht mein Geologe und... Auch recht. Da ist er. Kann ich ihn anklicken? Nein. Und hi, Strohhut Eddie. Mensch. Servus. Alter. Baut mal die Brauerei. Komm. Ihr baut doch bestimmt mit Priorität die Brauerei. Gebt's doch zu. Boah. Schön. Ähm... Jetzt... Wie... Wie komm ich denn jetzt an meine... Oh. Dauert zehn Minuten. Forschungsaufwand. Ich kann ja schon einen Weg hier durchbauen. Und ich denke mal, wenn sich das Land dann erweitert, reicht's um hier, wo die Karte aufgedeckt ist. Ja. Wird schon so sein. Gut. Weiter. Was können wir noch tun? Wir können mal probieren, wie viel Platz braucht denn in diesem Spiel ein Bauernhof? Äh... Wohl mehr. Verdammt. Das sieht besser aus. Diesen hier und... Tja. Dann machen wir doch... Was weiß denn ich? eine Windmühle vielleicht? Und dann brauchen wir natürlich auch einen Bäcker. Hier. Prezeln. Ich will aber auch Weißwürste und so. Ne? Und Wurstsalat? Ihr wisst Bescheid. Ähm... Dann setzen wir doch irgendwo noch einen Brunnen hin. und ich glaube, ich baue zu viel. Ist mein Jäger eigentlich fertig? Hast du schon die Eisbären gekillt? Bei dir gibt's... Leder. Aha. Bei dir gibt's gar kein Futter. So, so. Was ist hier los? Kein Plan. Aha. Du bist vollgestopft. Du nicht. Okay. Und hier keine Brezeln. Bierschinken. Geil. Was beschreibe Patrick mit einem Satz und einer Tat. Gefühlt habe ich zu viel gebaut. Kann man da eigentlich Nee. Wie kann man denn eigentlich ähm... Forschen. Äh, Quatsch. Äh, äh, äh. Leckeres Wichtigen sagen. Ich würde gerne hier jemanden losschicken, der die Karte aufdeckt. Wie heißt das? Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn nicht, ist auch egal. Äh... Hier. Wachturm... Erkunder, Forscher. Aber das ist doch hier auch nur ein Gebäude, oder? Das ist doch Spähturm. Ein Scout. Ich will einen Scout losschicken. Äh, Master K. Ich habe keine Ahnung, ob es für Siedler 2 ist. Ehrlich, ich... Ich... Kein Schimmer. Wie gesagt, ich spiele völlig blind. Aber die Gebäude werden fertig, oder? Es hat sich doch was getan. Kann ich hier eigentlich irgendwie mit einer... Oh, oh. Oh. Ey, da hinten ist ein Bär. Okay. Jetzt ist doch bestimmt mittlerweile... Hier das fertig, oder? Und... Jetzt kann ich... Äh, wie? Die Opferung wird jetzt erst vorbereitet? Muss ich irgendwo hinklicken? Okay, also das mit der Opferung ist was, das gefällt mir jetzt schon mal nicht, so. Kundschafter! Danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und wie ist... Wie... Wenn mir jetzt noch einer sagt, wie ich die verschicke, oder gibt's die überhaupt nicht, oder was weiß ich. Ist das hier eigentlich auch Berg? Dann könnten wir... Können wir nicht. Also, dass die Geologen ein Gebäude brauchen, ist ja mal... Gewagt, sag ich mal. Wir haben nichts zu essen, ne? Vielleicht bald mit einer Fischerhütte. Yeee! Kann man sich mit irgendeiner Taste die Produktivität der Gebäude anzeigen lassen? Wie... Oh, Spielgeschwindigkeit hoch. V? H, Hauptquartier. Okay. Was ist das? L? Militär? Waren? P? Pause? Okay. Scheinbar kann man das nicht. Äh, jetzt hab ich mir irgendwas anzeigen lassen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie. Ach, bitte, 100%. Klasse. Oh man, welche Taste war das? R, T, Z, U, I. Was ist das? Okay. Ah, O. Okay. Ü. Das ist L. Jetzt hab ich überall Namen stehen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.